Heiho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter 3 Ultimate für die Nintendo Wii U. Ja, beim letzten Mal, da haben wir es geschafft, die 6-Sterne-Quests, die ersten High-Rank-Quests, so gesehen, also die erste Questreihe hier im Dorf, des High-Ranks zu beenden. Und wollen jetzt gegen ein Lagiakus, sage ich schon, gegen ein Plesiot antreten. Dieses Monster sehen wir zum ersten Mal, das bedeutet, auch in dieser Folge, wir hätten dann wieder Informationen hier durchhuschen. Wie gesagt, diesmal etwas anders als zuvor, ein bisschen abgespeckter und sowas, damit es ein bisschen schneller, so gesehen, vorangeht, damit wir nicht so viel Zeit verdödeln hier. Dazu ändere ich, wie ihr schon seht, die Elemente. Und ich habe jetzt lange gegrübelt, bevor ich die Aufnahme hier begonnen habe, wie wir denn gegen das Lagiakus, wie komme ich mal auf Lagiakus? Na, egal. Wie wir gegen dieses Plesiot am besten angehen wollen. Denn wie ihr gerade gesehen habt, ne, da habe ich Hatscha und Kayamba jetzt ja schon, ne, das Element gegeben, was die Hauptschwäche vom Plesiot ist. Nur haben wir eine Waffe auch, die diese Hauptschwäche hat, wie wir hier sehen. Wir haben auch natürlich noch diese Waffe. Mit der kann ich noch nicht umgehen. Oder hätten diese Waffe. Das Problem ist aber, wir haben jetzt in den letzten Folgen schon ziemlich oft, äh, ja, mit Gewehrlanze gekämpft. Und da dachte ich mir eigentlich so, man könnte ja auf seine Zweitschwäche übergehen und mit dieser Waffe kämpfen. Jetzt bin ich mir bloß recht unsicher, ob wir das wirklich so wagen sollen oder nicht. Können wir mal gucken, was hatten wir nochmal bei dem Ausrüstungssets. Ausrüstungssätze, hier war das ja. Mit dem Bogen hatten wir die Rathalos-Rüstung komplett. Das, äh, würde eigentlich gegen Plesiot, ja, machbar sein, sag ich's mal so. Ja, wir machen es jetzt einfach mal, ne, ich, ich riskiere es jetzt. Eigentlich nehme ich ja sonst immer die Primärschwäche, soweit vorhanden. Aber, das ist jetzt hier, ja, sagen wir mal eine außergewöhnliche Maßnahme. Deswegen werden wir auch außergewöhnliche, äh, Dinge treffen, ne, also außergewöhnliches Equip nehmen. So, wie wir sehen hier, wir haben noch einen Frosch übrig, den nehme ich mal mit. Denn ich möchte mal versuchen, das, äh, Plesiot raus zu angeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man das das erste Mal begegnet. Meist sind die Monster da ja eher, ja, in anderen Orten so gesehen zugänglich. Man erinnert sich vielleicht an die erste Begegnung mit dem, äh, jetzt aber Lagiacrus. Denn das war ja eher an Land zuerst. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Plesiot hier war. Liegt schon ein bisschen länger zurück, seit ich das letzte Mal gegen dieses Monster gekämpft habe. Aber ich schätze mal, es wird auch mehr so in der Wassergegend sein. Und, äh, ja, Scheibenkleister, wir verbraten schon hier viel zu viel Zeit durch diese ganze Vorbereitung. Aber ich habe was vergessen, und zwar möchte ich aus dem Klingmeisterbeutel doch gerne meine Steaks mitnehmen. Denn die brauchen wir hier trotzdem noch. So Beschichtungen haben wir alle. Ne, wie ihr wisst, ich nehme immer alle Beschichtungen mit, da, ähm, der Munitionsbeutel sowieso komplett dafür ausreicht. Sei denn, man hat, ne, man kämpft überwiegend auch mit der Gun, mit der schweren Armbrust oder der leichten Armbrust. Dann hat man natürlich noch Munition da mit reinzunehmen und müsste das mit den Beschichtungen austauschen und bla bla bla. Aber da ich ja sowieso gerade nur mit der, mit dem Bogen hier spiele, kümmert mich die andere Munition gar nicht. So, Wasserträger steckt die Wasserabwehr, das nehme ich mal. Denn der Plesiot, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, wie die Quest ja auch heißt, Wasserschaden, äh, Plesiot befindet sich halt so mehr im Wasser, bedeutet also, es wäre wahrscheinlich, dass es auch dieses Element dann selbst, äh, beherrscht. So, Ödnisinsel am Tag, ja, Geplesiot und die junge Fischerin, was sagt sie denn zu, äh, dieser Quest? Ich habe diesen schwarzen Schatten im Wasser gesehen. Gruselig. Dann stieß ein Fischwaivern durch die Oberfläche, das Wasser spritzte hoch wie ein Tsunami. Hat mich völlig durchgeweicht. Ah, ja, und deswegen sollen wir das Vieh jetzt besiegen, weil sie nasse Klamotten hat. Seems legit. Ne, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, was die Leute hier für ein Problem haben. Wir rotten ja die ganzen Monster hier aus, das Thema hatte ich ja schon mal gesagt. Äh, wir rotten hier die ganzen Monster aus und im Endeffekt tun die einem gar nichts, sondern wir sind immer diejenigen, die ja anfangen anzugreifen, weil halt uns die Dorfbewohner, wie gerade gelesen, total sinnlose, gehirnamputierte Quests, äh, Questaufgaben stellen. Wie zum Beispiel, äh, dieser Rhywan hat mich nass gemacht. Jetzt lass ihn dafür büßen. Wie Fisch mit Maske. Sag nicht, äh, man kann Kai aber auch dafür nutzen, um... Sag nicht, äh, man kann eigentlich widmen, es ist schön. Ja, sag nicht, äh, man kann... So, da wären wir also jetzt bei den Informationen mit Plesiot. Vorab möchte ich hier nochmal sagen, für Leute, die das Video vielleicht erst später sehen, denn bis auf die Information mit den Schwachstellen am Körper, mit den Stoßschaden und den Schneidschaden, sind alle anderen Informationen von Monster Hunter Wikia nur diese eine Information mit diesen Schwachstellen, wie gerade erwähnt, ist von einer anderen Seite, habe ich aber nochmal in der Videobeschreibung exakt reingeschrieben, woher ich die Information habe. Also da könnt ihr dann gerne nachgucken, Videobeschreibung, alles verlinkt. So, aber jetzt sind wir hier bei Plesiot. Plesiot könnte man ja denken, gehört vielleicht auch zum Spezies der Leviathane, dem ist aber nicht so, denn in Wirklichkeit gehört Plesiot immer noch, schon seit dem PS2-Ableger, zu der Spezies der Piscine-Wivern, oder wie ich immer gesagt habe, Piscine-Wivern. Hört sich zwar total dumm an, damit ist halt gemeint, dazu gehören halt die Wivern, die so mehr fischartig aus sind, die auch Flossen haben. Erinnert euch vielleicht noch an die Delexe, die ja in der Wüste sind, diese kleinen Sandfische, die zum Beispiel sind auch Piscine-Wivern. Das bedeutet also, Plesiot zählt auch zu dieser Art. So selber besitzt Plesiot das Element Wasser, wie man das hier auch wahrscheinlich uns schwer erkennen kann, und kann den Status Wasserschwäche verursachen. Wir erinnern uns, wenn wir Wasserschwäche drauf haben, dann regeneriert sich unsere Ausdauer sehr langsam erst wieder hoch, und wir haben dann damit arge Probleme. Das, was ich hier nochmal erwähnen wollte, was man hier nochmal beachten sollte, laut dem Wiki konnte es das Plesiot auch in den Vorgängerspielen den Status Schlaf auslösen, indem es halt aus dem Wasser gesprungen ist, auf den Jäger drauf, und dann noch so ein bisschen geschlittert auf den Boden. Da soll es wohl angeblich Schlaf verursacht haben. Ich persönlich kann mich daran jetzt gar nicht mehr erinnern, und habe auch in diesem Monster Hunter Teil, also jetzt hier drei Ultimate, noch nie das gesehen, deswegen habe ich es jetzt hier nicht mit aufgelistet. Ich wollte es nur mal erwähnen, falls es so sein soll, immer noch. Ich habe es bloß irgendwie verpeilt, dann seht es mir nach. Aber ich habe es jetzt noch nicht getestet in diesem Video, und selber noch nicht gesehen, deswegen habe ich es draußen gelassen. So, schwach ist Plesiot primär gegen das Element Donner, und Sekunde gegen das Element Feuer. Das habe ich aus dem Wiki so entnommen, und ist wohl auch in dieser Reihenfolge so gegeben. Ansonsten könnt ihr ja nochmal bei der Rüstung nachgucken, wenn ihr euch eine Plesiot-Rüstung macht, oder ich mache das in der nächsten Folge, und guckt da nochmal nach und zeige euch das nochmal. Aber sonst war das bisher immer so primär Donner, Sekundär, Feuer. So, kommen wir nun zu den Schwachpunkten am Körper. Hier möchte ich nochmal sagen, dass diese Informationen ab jetzt, die jetzt kommen, nicht mehr von Monstern der Wikia sind, sondern von einer anderen Seite, die sich da nennt www.kiraniko.com slash monster slash plesiot. Da habe ich die Information. Und da wird folgendes gesagt, beim Stoßschaden ist wohl die empfindlichste Stelle hier der Kopf, mit 50, hier orange markiert, wie man sieht, und die unempfindlichste Stelle wäre dann hier die Rückenflosse, mit 22, hier wieder schwarz markiert. Beim Schneidschaden sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Und da ist die empfindlichste Stelle hier der Bauch, diesmal mit 50, auch wieder orange. Und die unempfindlichste Stelle wäre dann hier auch wieder die Rückenflosse, mit 22. Ja, das war es auch schon mit der Information, die speziell jetzt nur von der anderen Seite war, nicht von Monstern der Wiki. Jetzt aber kommen wieder die Informationen vom Monster Hunter Wiki. Und die sehen hier wie folgt aus. Das sind so die kleinen Fun Facts, die ich euch ja immer mitgebe, die ich meines Erachtens nach wichtig finde. Und zwar kann man Plesiot mit einem Frosch angeln. Das sieht dann so hier, wie folgt aus. Hier seht ihr das ja, wie man ihn da so an Land ziehen kann. Ist eine ganz witzigere Spielerei. Geht aber nicht mehr. Das habe ich auch in der Folge getestet, werdet ihr auch noch sehen. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn Plesiot sauer ist. Es geht wirklich nur, wenn man, wenn es irgendwie euch noch nicht bemerkt hat. So, was ich auch getestet habe, was im Wiki bei General so drinsteht. Also es gibt ja Informationen, die sind bei Wiki aufgeteilt. In den ganzen Spielen. Ne, Vorgänger spielen, so Monster Hunter 3, Monster Hunter Freedom. Kennt ihr ja alles. Und da steht bei General, was ja allgemein heißt, dass man Plesiot mit einer Schallbombe aus dem Wasser holen kann. Hier seht ihr nochmal in dem Video. Ich habe es probiert. Ich habe alle 10 Schallbomben, die ich mit hatte, versemmelt. Und das Einzige, was Plesiot bei mir macht, ist ein bisschen den Kopf so nach hinten machen. Also sich so ein bisschen zurückzuziehen. Mehr aber auch nicht. Das bedeutet also, mit der Schallbombe geht es wohl nicht mehr. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Vielleicht hätte ich auch was anderes beachten müssen. Aber ich dachte mal, ich erwähne es hier nochmal, wenn es jetzt wirklich rausgenommen wurde für Monster Hunter 3 Ultimate, dann dachte ich mir mal, es ist auch wichtig, wieder hier zu erwähnen, dass es eventuell hier nicht mehr klappt. So, und jetzt der letzte Funfact, der euch vielleicht auch noch interessiert. Und zwar kann man Plesiot, wenn man es oft genug mit der Harpune schlägt, einen glitzernden Gegenstand entlocken. In diesem Fall spricht man immer von einem Shiny, was das jeweilige Monster droppt. Das kennen wir auch noch bei anderen, wenn das so auf einmal so ein Glitzergeräusch macht, kann man das sammeln, so wie ihr hier im Video seht. Bedenkt aber bitte, das erwähne ich hier nochmal, ihr müsst mehrmals mit der Harpune draufschlagen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ja, das waren dann die Informationen. Dieses Mal, vom Plesiot, wie ihr seht, ganz kurz und knackig gehalten. Gerade mal so 6 Minuten ungefähr, oder mehr als 6 Minuten. Und so wird das in Zukunft auch weiter aussehen. Und jetzt, genießt den Kampf gegen Plesiot, wer sich hier das komplette Video anguckt. Ja, sorry, da habe ich mitten im Satz aufgehört, während die Informationen jetzt hier durchgetrudelt sind. Ich war gerade verwundert, dass hier steht Fisch mit Maske. Ich glaube, man kann Kayamba auch dafür nutzen. Ich werde es mal auspuppeln mit Kayamba. Wäre ja extrem lustig. Wieso angelt er nicht mehr? Selbst mit dem Frosch jetzt hier nicht. Ah, hier nimmt er den Frosch. Okay. Das heißt, Kayamba, gib dein Bestes! Und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Der Plesiot scheint zumindest aufmerksam zu werden. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, jetzt ist er weggeschwommen, ne? Eigentlich klappt es mit dem Frosch, glaube ich, immer am besten. Aber ich glaube, wenn Plesiot jetzt eh, äh, verscheucht, ich glaube, der ist schon wieder in anderem Gebiet jetzt. Ah, nee, da unten ist er. Oder ist das? Nee, es ist ein Epiot, ne? Ja. Wir haben es, äh, ja, wie nennt man, wie drückt man das höflich aus? Wir haben es versaut. So gesehen. Plesiot rausangeln, war gerade nicht so gut. Naja, habt es aber im Infovideo gesehen, ne? Da habe ich es definitiv nicht vergessen, weil das ja eine der wichtigen Fakten war, die ich euch ja zeigen wollte, dass das funktioniert. Ich habe es bloß gerade hier, ja, so gesehen verpatzt, weil ich es unbedingt mit der Maske ausprobieren wollte. aber es scheint bei Plesiot nicht zu funktionieren. Ich glaube, da muss man wirklich den Frosch nehmen. Gut, Monster Hunter 3 Ultimate, im Übrigen, falls ich das nicht im Infovideo schon gesagt habe, aber ich denke mal nicht. Deswegen werde ich es mal hier so erwähnen. Ähm, ist das erste Mal, dieses Spiel, macht es zum ersten Mal möglich, gegen den Plesioten auch unter Wasser zu kämpfen. cool, ne? Den gab es zwar schon seit der PS2-Version, also seit 2005, seit dem Monster Hunter hierzulande erschienen ist, nur konnte man da Plesioten leider nur immer, ähm, ja, so gesehen ein Land machen. Der war zwar auch ab und zu im Wasser, man konnte ihn aber mit diversen Mitteln, damals auch schon, glaube ich, mit dem Frosch, äh, rausangeln. Ich glaube, das war damals auch schon möglich, bloß schwieriger. Oder halt, wie im Infovideo schon gezeigt, mit den Schallbomben. Und dann musste man halt Plesioten an Land bekämpfen. Es gab lustige Dinge, die mir da so passiert sind, äh, mir und Freundinnen, so gesehen. Ähm, also ein Freund von mir hat damals, äh, auf der PS2-Version gegen Plesioten gekämpft, das erste Mal. Und, ähm, der hat es tatsächlich geschafft, das Plesiot im Wasser zu töten. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, erzähle ich aber gerne nochmal. Und zwar war es damals so, ähm, dass die Monster ja auf der PS2-Version etwas heftiger waren, also etwas schwieriger zu besiegen waren. Und er hat sich halt auf diese Quest sehr gut vorbereitet, mit Bomben, mit Fallen, mit diversen Items, die man halt so mitnehmen kann, um die Monster zu schwächen, hat er alles mitgenommen. Und, ähm, das Ganze ging dann nachher so aus, dass er wirklich alles eingesetzt hat. Jede Falle hat gesessen, jede Bombe hat gesessen, und das Plesiot hat aber immer noch geliebt. Das heißt, er musste dann, ähm, es irgendwie innerhalb der nächsten Zeit besiegen, sonst wäre die Questzeit abgelaufen. Ja, damals war das so heftig, dass man wirklich mit allen Mitteln gegen die Monster gekämpft hat, und trotzdem die Questzeit, äh, meist nicht gereicht hat. Und bei ihm wurde die Zeit auch langsam knapp, und er wusste nicht, was er jetzt noch machen soll. Er hat mit seinem Großschwert wieder raufgehauen auf das Monster bis zum Gehtnichtmehr. Doch Plesiot dachte sich so, nö, nicht mit mir, und ist wieder ins Wasser gesprungen. Ja, mein Freund, also mein, mein guter Freund dann zu dieser Zeit, ähm, hat, dann aus lauter Verzweiflung sich gedacht, ach, verdammt, wie kriege ich jetzt dieses Plesiot da raus? Und hat in sein Inventar geschaut und dort ein paar Steine entdeckt. Ja, liebe Leute, Steine hat er da entdeckt. Und, äh, was natürlich jetzt folgt, ne, würde wahrscheinlich jeder von euch so machen, wenn er verzweifelt ist. Er war es in diesem Moment und hat natürlich die Steine genommen, um Plesiot im Wasser abzuwerfen. Da man ja in den anderen Monster der Teil nicht schwimmen konnte, hat man sich dann halt am Rand des Wassers gestellt und die ganze Zeit mit den Steinen um sich geworfen. Und, dieser Stein, den er dann im Inventar hatte, ich glaube, er hatte drei Stück oder so, und entweder war es der erste oder wirklich auch der letzte Stein, der hat dazu geführt, dass Plesiot gestorben ist. Im Wasser. Ja. Mein guter Freund war dann, äh, einerseits froh, andererseits eher nicht froh, also, einerseits hat er sich gefreut, andererseits war er aber auch ein bisschen verärgert, denn, dieses Monster war zwar in seiner Questliste noch als unerfüllt angezeigt, aber er wollte es eigentlich machen, weil er sich das Plesiot-Großschwert holen wollte. Nur damit hat er halt ein Großteil, ähm, der Rohstoffe, die Plesiot zuliefert, in den Sand gesetzt, beziehungsweise, äh, sind den Bach runtergegangen, so kann man es ja dann definitiv auch ausdrücken. Und danke, Chacha, dass du erstmal voll im Weg stehst, während ich auf Plesiot schieße. Ja, einige Ressourcen hat er damit in den Sand gesetzt, weil er ja das Plesiot nicht ausnehmen konnte. Ne? Wenn er es halt im Wasser stirbt, in den damaligen Monster hinter teilen, dann kannst du ja nicht einfach hinterher springen und die dann, äh, ausnehmen, die Monster so zerlegen. So heißt es ja hier. Sondern bist darauf angewiesen, ähm, entweder es zu schaffen, dass das Monster selber an Land, äh, geht, so wie Plesiot jetzt beispielsweise und man es da tötet. Ja. Oder du hast es halt versaut, ne? Eine zweite Möglichkeit gibt es da nicht. So wie wir sehen, Plesiot hat gerade schon richtig Hunger. Die Flosse ein bisschen eingeknickt. Und jetzt steht es da nur rum. Das finde ich mal wieder lustig. Es wirkt manchmal, finde ich, wie so ein Bug, wenn die Monster nur so rumstehen, weil sie Hunger haben. Ist es aber nicht. Das haben sie extra so gemacht, damit man das halt so gesehen als, äh, nutzbare Schwäche erkennt. Damit man halt sieht, okay, das Monster ist jetzt geschwächt. Und hier auch nochmal ein lustiges Feature, was man so gesehen sieht, wenn das Monster, also wenn Plesiot hier hungrig ist und sich so komisch zu einem hinläuft oder so komisch jetzt, wie man gerade gesehen hat, über dem Boden, auf dem Boden schwimmt, so kann man es ja sagen. Wer versucht, auf dem Boden so zu schwimmen, so lang slidet, nenne ich es mal sliden, dann fällt es hin, weil es ja so hungrig ist. Also verliert so gesehen das Gleichgewicht. So, wie man sieht, hier wieder. Ja, und diese ganzen Informationen, auf welcher Attacken Plesiot macht, ihr seht das jetzt ja. Äh, das habe ich jetzt in den Monster-Infos nicht mehr mit reingenommen. Denn ihr könnt das ja hier im Kampf sehen, beziehungsweise, äh, ja, wenn ihr gegen Plesiot kämpft, man merkt halt wirklich von alleine schnell, was macht es und sowas. Welche Attacken kommen jetzt? Und außerdem, sie sind zwar, vielleicht ist es für den einen oder anderen Neulingen wichtig, zu wissen, wie man diesen Fähigkeiten ausweicht. Und es wäre auch vielleicht wichtig, in einem Infovideo zu erwähnen, nur finde ich, dass damit, dadurch, dass ich ja ziemlich lange und auch ausführlich erkläre, das Video damit unnötig in die Länge gezogen wird. Und das wollte ich halt damit verhindern. Ja, Plesiot sieht uns gerade nicht mehr. Ich nutze das mal aus. Ja, auf jeden Fall fand ich, dass sich die Videolänge damit unnötig, äh, vergrößert. Deswegen habe ich es jetzt gelassen und habe es halt, äh, ab sofort dann lieber so. Ja, da springt es im Übrigen. Ich versuche gerade wieder den Frosch heranzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn das Monster so wütend ist. Ja, hier macht es übrigens, jetzt hat man es nicht gesehen, verdammt. Wenn es sich meist im Wasser befindet, kommt es mit dem Kopf raus ab und zu und, äh, versucht den Jäger dann mit Wasser zu bespritzen. Was auch gut Schaden macht. wenn man davon getroffen wird, ist es nicht mehr so nett. Hier, jetzt kann man mal gucken. Ich lasse ihn mal kurz treffen. Irgendwie trifft es nicht. Nö, es haut immer nur an mir vorbei. Naja, gut. Ja, und ich glaube, wenn Plesiot halt wütend auf einen ist, so wie jetzt bei mir, dann wird es lässt es sich, glaube ich, eh nicht rausangeln. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, hui, da springt es. Ja, eigentlich will ich hier gar nicht so viel Zeit verschwenden und jetzt hier so rumstehen. Was haben wir denn hier für Beschichtungen noch? Lebenbeschichtungen. Ich glaube, die setze ich jetzt mal als nächstes ein. Ja, so Plesiot lässt sich gerade nicht rausangeln. Hat halt den Grund, dass es ein bisschen wütend gerade auf uns ist und ich hätte tatsächlich Sonic Bombs noch mitnehmen sollen. Hier, Schallbomben. Dann müssten wir jetzt nicht warten, bis es auf uns kommt. So, und jetzt sieht man das nochmal. Hier, Schurz weg, habe ich ja gesagt. Jetzt haben wir den Waterblite-Effekt drauf, also diese Wasserschwäche. Die kennen wir auch schon. Jedes Mal, wenn wir jetzt hier Ausdauer ja, wenn wir hier die Ausdauer benutzen, lädt die sich nicht mehr so schnell auf wie vorher, sondern ein bisschen langsamer. Ist natürlich recht blöd gelaufen jetzt für uns. Aber naja, müssen wir halt jetzt mit leben. So, ich bin wieder ins Wasser jetzt gegangen, weil mit dem Bogen kann man einfach auch gut unter Wasser kämpfen. Oh, es sei denn, wir haben keine Ausdauer. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Durch den Waterblite-Effekt. Es ist jetzt richtig schwierig hier, Plesioten noch zu treffen. Ja gut, ich gebe mir Mühe. Oh, Waterblite-Effekt ist weg. Super. Und zack, probieren wir es mal. Oh, hat sogar funktioniert. Sehr gut. Ja, da gehe ich mal lieber weg und verschwende nicht den Pfeil. Danke, lieber Jägersmann. Ich glaube, dass du trotz des Ausweich-Movees immer noch so einen bekloppten Pfeil abschießt. Das ist echt ärgerlich. So, das zweite Ärgerliche ist, dass wir jetzt wieder fast bei 20 Minuten sind, der Plesiot nicht mal annähernd irgendwie den Anschein macht, jetzt abzuhauen, also beziehungsweise jetzt zu sterben. Das heißt, yippie-yayay, auch diese Folge wird wieder eine halbe Stunde oder 40 Minuten gehen, wenn nicht bald mal hier ein Wunder passiert. Warum mich das so ärgert, ist ein ganz leicht erklärt. Da, ähm, dieses Spiel, ähm, auf Full-HD läuft, möchte ich es auch gerne in voller, äh, sagen wir mal, optischen Genuss, so gesehen, in vollem optischen Klang, äh, auch gerne hochladen. Das heißt, ich werde es auch wieder in Full-HD rendern. Nur, wenn das Video länger wird, desto länger dauert auch die Render-Geschichte und desto größer wird das Video auch. Bedeutet, im Endeffekt, ähm, auch das Hochladen dauert länger, was nicht sehr, äh, gut ist, denn da kann es nämlich passieren, dass die Folgen später kommen und ich damit keine Zeit habe, neue Folgen aufzunehmen. weil man muss bedenken, ich, äh, nehme hier alles nur auf einem PC auf, ich habe keinen zweiten oder sowas. Das heißt, während er hier rendert, während er die Folgen vorbereitet, kann ich in der Zeit nichts machen. Wenn ich während des Renderns noch neu aufnehmen würde, würde mein Rechner abschmieren, beziehungsweise nicht abschmieren, der würde zwar noch, äh, ganz normal weiterlaufen, aber die Aufnahme wäre ultra ruckelig, also das Ganze würde echt ziemlich doll laggen, also laggen, laggen jetzt nicht im Sinne von verzögert sein, sondern man würde viele Frames nicht mehr sehen, da der Arbeitsspeicher dann ziemlich ausgelastet ist durch das Rendern plus das Spiel so gesehen, plus diese Darstellung hier. Wie man jetzt vielleicht aus den anderen Folgen auch sehen konnte, allein wenn mein Rechner nebenbei irgendein Prozess hier am Laufen hat, kann es schon mal passieren, dass, äh, einige Frames für ein paar Sekunden so gesehen in den Keller gehen, da der Prozess, den mein Rechner gerade startet, ich weiß immer noch nicht, welche Prozesse das so sind, ich habe schon diverse Programme nebenbei laufen, beziehungsweise ein Programm nebenbei laufen, was Prozesse mindert, was eigentlich alles, während ich dieses Programm hier aufhabe, was gerade das Bild der Wii U da widerspiegelt, ähm, während dieses Programm läuft, soll das andere Programm eigentlich dafür sorgen, dass alle anderen Programme ihre Prozesse so gesehen reduzieren, ihre Belastbarkeit. Aber wie man manchmal merkt, das klappt nicht so gut. So, aber wir schaffen das schon, ne? Zack. Ja, wie man sieht, Plesiot haben wir schon gut, äh, wie soll man sagen, gut behakt hier, es ist schon ziemlich kaputt. Leider nur vom Optischen her. So vom Spielerischen her, beziehungsweise vom Zustand her scheint es noch nicht ganz kaputt zu sein, sonst würde es ja schon längst abhauen. Aber ich finde, der Bogen war hier eine gute Wahl, denn die Gewehrlanze unter Wasser mit diesem langsamen Angriffen wäre, glaube ich, nicht so toll gewesen. Ich glaube, dann hätte ich noch länger gebraucht. Friss mich nicht. Ich bin doch kein Fisch. Ach, ne, Plesiot frisst ja gar keine Fische. Der frisst ja Frösche und, wie man gesehen hat, hier auch die Epiote, die hier schwimmen. Die mag Plesiot besonders gern und kleine Jägerlein, wie wir es welche sind. so, ich stelle mich gerade nicht so gut an. Das ist eigentlich unsere beiden Schakalakas, die haben auch keinen Bock mehr, ne? So, wir finden uns bei Minute 25 gleich. Ich rechne mal mit so fünf Minuten der Monster Information, das weiß er jetzt noch nicht, weil ich die erst im Nachhinein mache. Irgendwie diese Information wie lang diese Information nachher werden. Das heißt also, wenn jetzt Plesiot gleich stirbt, dann ist die Folge noch annehmbar in den 30 Minuten. Aber mein Glück wird auch diese Folge wieder 40 Minuten lang sein. So, schnell mal hoch hier, das habe ich nämlich auch vergessen, mir Sauerstoff mitzunehmen, aber eigentlich ziemlich unnötig, meines Erachtens. Ich finde bei dem Kampf jetzt gegen Cedois, den wir auch schon gesehen haben, da es auf jeden Fall diese Sauerstoff Items definitiv ein Muss, die braucht man ja auch dann. Man will ja auch atmen können. Aber ich finde bei solchen Kämpfen wie jetzt bei Plesiot, diese ganzen Sauerstoff-Dinger unnötig, denn man braucht bloß einmal kurz hochschwimmen, wie man sieht. Also einmal nur kurz an Land, Ausdauer beziehungsweise Luft wieder voll. Ich muss zu lange drehen, das ist echt blöd. Plesiot schwimmt viel schneller, als ich überhaupt die Sicht drehen kann. Naja, auf jeden Fall, die Luft ist dann wieder komplett aufgefüllt, nur einmal nur kurz so mit dem Kopf aus dem Wasser gucken, dann geht das schon und es rennt weg. Tschüssi, Plesiot. doch nicht, dachte jetzt rennts weg, aber irgendwie nicht. Gleich fällt es wieder hin, weil es Hunger hat, ne? Ja. Und hier, das meinte ich, jetzt sieht man wieder diese Frame-Einbrüche, fragt mich nicht, woran das jetzt gerade wieder lag. Das ist immer nur, wenn die Monster sich ziemlich heftig bewegen, also wenn man ziemlich nah rangeht und die Monster so rumwackeln, ich weiß nicht, woran das liegt, weil, das habe ich auch schon einmal erwähnt, eigentlich soll der Rechner ja bloß das Bild wieder spiegeln, von dem, was auf der Wii U passiert, also es kann sein, dass die Wii U vielleicht ein einige vielleicht ein bisschen rummosert. Anders kann ich es mir sonst nicht erklären. Gut, hier behaken wir einfach mal weiter. Natürlich trifft mich der Hipshake von Plesiot. Ziemlich nervig. Ja, und zu entstehen auch so lustige Sachen, aber wie sowas zum Beispiel, dass man stirbt, wenn man nämlich nicht auf seine Gesundheit achtet, ja, dass Plesiot dann halt so rum backt, nenne ich es mal, mit dem, dass es kurz so nach vorne slidet. Naja, dann wird die Folge jetzt doch noch länger, also irgendwie, ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich toll finden, ich finde es eher unpassend. denn wirklich, ich habe nicht die Zeit, jetzt die ganze Zeit immer 40 Minuten Folgen hochzuladen, es ist einfach für mich zu lang, es nimmt viel zu viel Zeit zum Upload, es nimmt viel zu viel Zeit zum Rendern, es nimmt einfach an sich viel zu viel Zeit, ich würde gerne diese einheitlichen Längen gerne, liebend gerne einhalten, aber es geht nicht, Monster Hunter macht mir da einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung, was ich echt ziemlich bescheiden finde an diesem Spiel, dass die Quests immer so lange dauern müssen, also anfangs kamen wir noch gut durch, aber jetzt mittlerweile ist es echt nur noch ätzend, dass es so lange dauert. So, Plesiot ist wahrscheinlich gar nicht mehr hier, ne? und wieder beginnt die Sucherei des Fischmonsters. Ja, ne Leute, also mehr als entschuldigen kann ich mich nicht, sorry nochmal dafür, dass ihr jetzt schon wieder hier eine 40 Minuten Folge gucken müsst, ähm, ich werde es dann glaube ich wirklich sorry auch dafür dann, aber ich kann es echt nicht anders machen, ähm, ich werde jetzt immer cutten zwischendurch, es tut mir echt leid, dass es jetzt echt darauf hinausläuft, aber es geht nicht anders. Also diese Folge werde ich jetzt noch komplett so lassen, wie sie jetzt auch dann ist. Oh, schläft schon, das ist irgendwie, äh, positiv. Ja, diese Folge lasse ich in der vollen Länge, wie sie sich jetzt auch, äh, noch entwickeln wird. aber die zukünftigen werde ich dann ab 20, 25 Minuten schneiden. Wie gesagt, hat den Grund, da ich ja nicht die Zeit habe, die ganze Zeit immer 40 Minuten folgend zu machen, um anschließend dann ewig lange daran zu sitzen mit dem Upload und ewig lange zu sitzen mit dem Rendern. Ihr wollt ja auch Monster an guter Qualität sehen, ne? Was bringt euch das hier alles verschwommen zu sehen? Macht das Gucken ja auch kein Spaß mehr. Aber naja, ich kann auch mit einer Besserung nicht rechnen, denn, äh, ich vermute nämlich die nächsten Quests, die so jetzt kommen, werden eh länger dauern. Also es würden immer zwei Monster sein, so kann ich mir das jetzt schon vorstellen, dass jetzt in Zukunft immer zwei Monster auftauchen werden. Also wie wir jetzt in den letzten Quests machen mussten, zwei, äh, oder drei, drei Kurupäkos, zwei Kurupäkos oder Rathian und Baroth oder Rathian und Groß, Yagi. Das wird sich jetzt hier nicht ändern in dem Spiel. Da wir jetzt ja im High Rank sind, werden solche Quests jetzt öfters kommen. Die sollen ja auch gefordert werden, ne? Wie gesagt, dafür nochmal dann Entschuldigung. An mir bleibt leider keine andere Wahl, als in die Folgen so mittendrin zu cutten. Aber ich verspreche euch, dass ich, ähm, dass ich die Cuts dann niemals, äh, ja, so mitten im Fight äh, setzen werde. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, so wie jetzt in diesem Kampf, wie dieser Kampf jetzt gerade läuft, da würde ich jetzt, was weiß ich, an Land gehen oder das Gebiet verlassen, sodass es wieder ruhig ist und dann den Cut setzen, dann eine ordentliche Verabschiedung bringen und et cetera, et cetera, ne? Also ich werde das nicht so machen, dass er jetzt zum Beispiel so mittendrin in den Cut kommt. Ich werde auch dabei bleiben, ähm, da ich ja sehe, wann 20 Minuten und so oben sind. Ähm, werde ich auch dabei bleiben mit dieser Verabschiedung und so, ne? Verabschiedung und Begrüßung gehört halt immer dazu. Damit ihr, falls immer die Videolänge gerade nicht im Auge habt, immer wisst, wann die Folge zu Ende ist und, äh, in diesem Fall ist jetzt auch das Plesiot am Ende. Super, fast 35 Minuten. Es war mir aber klar, dass es wieder eine 40-Minuten-Folge bleibt. Plesiot reißt am Plus, denn, äh, ne? Die Monster-Information nicht vergessen, die sind ja noch mit drin, die sehe ich jetzt gerade nicht. Bei euch ist die Folge definitiv schon länger, als ich hier überhaupt immer angebe, äh, denn ich nehme das ja ganz hier am Stück auf. Die Information, die ihr schon längst gesehen habt, die schneide ich ja erst im Nachhinein rein. Für euch wirkt es so, als wenn ich das mittendrin gemacht hätte, ne? Wunder der Technik und so, ne? Gut, Plesiot ist damit besiegt. Die Folge neigt sich damit auch wieder dem Ende entgegen. Ja, und, äh, wir gucken jetzt natürlich noch mal gemeinsam ein hier. Das, äh, ist ja selbst für mich interessant, da kann ich mich wenigstens auch auf die nächste Folge besser vorbereiten. Wir gucken natürlich rein, welche Quests uns jetzt, äh, zur Verfügung stehen. Erstmal gucken wir hier rein, was uns zur Belohnung hier zur Verfügung steht. Und wir haben einen Wyvernstein, das ist sehr gut. Den brauchen wir auch. Plesiot, Gewebe, Reißer, Plus, Schuppe, Plus, alles super. Ja, ganz viel freigespielt hier in der Galerie, was man vom Plesio zu braucht. Wir speichern natürlich diesen Fortschritt. Für mich ärgert das übrigens ein bisschen, dass in jeder Folge, die ich aufnehme, mal ein so ein dicker, fetter Ruckler drin ist. Okay. Gut, wir müssen uns dann doch für die nächste Folge das aufsparen und nachgucken, was dann ist. Da muss ich mich halt spontan vorbereiten. Bloß alle hier haben was zu sagen. Und das würde es alles nochmal unnötig in die Länge ziehen, weil ich nicht weiß, wie lange die jetzt reden werden. Deswegen an dieser Stelle dann erstmal Tschüss, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und seid gespannt. Ich bin es nämlich auch, was uns in den nächsten Questreihen jetzt erwartet, ne? Bis morgen oder beziehungsweise bis zum nächsten Mal hier bei Monster Hunter 3 Ultimate. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Vielen Dank.